lia loa lüle zurück zu einer weiteren folge von township neue folge neue woche neues glück ja ach so der futter gemacht mehr als sechs plätze gehen ich habe sie einmal voll gemacht hier war kein sound genau hier aber kein sound also schon voll aber geht nix die brauchte ich genau war noch hier bete ist auch neu ich sage schon 30 geworden nicht alter wenn ich noch nicht schon von entfernt hier gummi fabrik aus kautschuk ach ja genau das brauche ohne jacken auf zwei stück von der 1 und 2 ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche eine jacken da brauche ich ach so und deswegen habe ich ja einmal gummi noch gemacht genau drei stunden für tapeten mein gott das dauert ein bisschen sie muss sich ja nur einmal gummi machen das gebäckfabrik heißt kein künftigen hier ja ich muss ja einmal gummi machen das heißt aber plastik stupe 32 jahren noch ein bisschen lagerskundig nicht erweitern weil es dauert einfach zu lange also ist dann auch preis farbe und ich brauche ja genau farbe viel ziemlich farbe wer auch ist mal hier noch 5 4 4 4 3 klauen reicht auch erst mal die mine war jetzt nicht aber habe es also jetzt fertig geschmolzen da ist ja noch 4 0 und 2 erkennt nichts machen weil ich kann gucken ob es neues erweitern verbessern können bäckerei molkereien schneidereis kann ich nichts machen insel frucht muss ja auch mal sein das erstmal sein da bekommt man ja die physische wassermelonen schlaumen her dann ein gewissen chance dort gibt noch noch zwei andere inseln aber das kann man sonst noch eine fabrik auch nicht so oft fast food müller dass ich brauche ich nicht unbedingt beckerei oder molkerei machen molkerei auch mal weiter bei level 5 da ist zeit zeit will ich ja alles verbiete fabrik gut hier bei 5 prozent schon hergestellt das will ich habe zehn silber waren habe ich mein gott ach mach mir die müde das wird nur ein barren das kann ich nichts machen fast food auch nochmal für 5 ähnlich ganz ab und zu mal ach komm mach mal zeit schneller fertig schneller verladen schneller neue züge da das wird das noch nicht genau genau die beiden braunen jacken und die tapete ja dort noch ein bisschen geld kommt man wirklich finde ich gerade sehr oft sehr schnell dran ich habe es wieder neue häuser gekauft ja zwei ein zirkus habe ich auch neu gemacht kino genau autokino also 1 2 andere sachen jetzt habe ich 1855 einwohner kenne mich bei 2095 jahren heute kosten auch gerne auch schon ganz schön viel hier also ok aus stadt haus na habe ich schon voll 2 da ging nicht 31 wohnung mit garten wer macht man stadt haus noch was da noch will erstmal eine wohnsiedlung wie hier und da noch so ein paar hier runter eine riesige wohnsiedlung alles voll gepackt ja sonst mein futter habe ich da jetzt zwölf 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 einmal milch oder eier abholen der französischen sechs futter weg und ich habe auch schon ein paar mal gehabt ein zwei dreimal ungefähr da habe ich zwölf mal milch gebraucht also wenn ihr es noch nicht habt ich hoffe ich zweite kuhfarm immens wichtig nicht immer klar aber wenn man jetzt hier sieht zum beispiel hier vor allem Käse braucht zwei Butter drei Joghurt vier ich habe beide zweimal Joghurt gebraucht war das schon mal acht milch weg und das 47 jahr dauert eine ganze ecke zwei jucke jod gebraucht acht milch deswegen wenn man nicht kauft zweite mal zweite kuhfarm mens wichtig eier ist nicht so wichtig ab und zu mal nur ganz selten kommt ganz selten im moment natürlich schnell ist klar ich könnte ich könnte auch schon man guter könnte ich schon kaufen hühnerstall ins weiten jahr 35 schweinefarm 42 bis 63 pilzfarm otterteich entenfutterstille oh man 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 ja cool wenn ich schlecht wenn ich schlecht sie sagen aber ich bin chronisch pleite ich habe auch nichts was ich verkaufen könnte jetzt so auf Anhieb vielleicht die hälfte Kartoffeln nicht so oft man braucht vor allem Getreide Mais ultra wichtig der beste ab und zu mal hier wie möhren auch ab und zu für schaffutter glaube ich und hühner futter noch drei von aber egal ganz selten tomaten erdbeeren selten 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 auch noch auch noch mal viel gemacht wie viel gemacht wenn man so möchte ne popcorn zuckerwürfel sirup käse aber käse zuckerwürfel braucht man auch sehr oft sehr oft so ja da mache ich ja hier mache ich hier mache ich gar nichts habe ich schon edelsteine aber soll ich permanent ist alles nur schon 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 mehr schon schon geworden dadurch macht er schon alte fakten im dunklen bereich mit bergwerk sichtbar ach was schön hält ein tag an das könnte man machen das könnte man wirklich machen wenn wir dann bergwerk geht könnte ich jetzt machen möchte aber jetzt nicht ich habe mir keinen Bock drauf das wäre sinnvoll für einen tag bei den durch dem entsprechen ist es schon viel sammeln würde sich lohnt zeigt dass es eine neue einfache gewendet werden kann waren bei 50 prozent schon gefertigt ja für die humanitär waren bringen beim aussenden von schiffen doppelt so viel das wirklich hier sind sinnvoll dass sie dann um die sagen sinnvoll ich habe ja einiges wieder gesagt hier 135 mit 30 kilometer 18 sprengstoff ja aber bläst nicht habe ich irgendwie keine muse für war ich irgendwann mal geben bei ich mein bock drauf hat ja das meine aktuelle stand sind auch habe ich auch schon gemacht auf 533 was brauchen die noch zweieinhalb bis dreieinhalb stunden sich wiederkommen hier dreieinhalb stunden drei stunden 11 trotzdem immer noch lange naja soll man machen muss halt bis warten halt ich kann man wieder hier sein wieder events hier ist wieder events kann man wieder machen nebenbei so künstler machen aber will ich nicht karten gefunden für tier und sowas da mache ich lass ich lass ich sein so lass ich sein oder ach ich weiß nicht hier rein da rein da ist es so naja sandwich donut hamburger cookies joghurt sahne etwas steht dann noch ein brot neun brote hier erdbeer neun brote nee lass ich sein willst du tierbegege nein lass ich ja deswegen lass ich hier machen das war was von mir für diese woche one township nächste woche gucken wo wir dann das stehen maxi fahr mal runter hier abfahrt fahrer spiel und schokolade ok alles klar leute nähe wenn wir fragen anregungen tipps ab schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche bei Township wieder. Bis dahin, schön mit Öl.